Ja, also Ronka weiß, dass Höhlenspinnen sich an der stockfinsteren Nacht überhaupt nicht stören. Sie sind also nachtsichtig, sie werden aber auch nicht geblendet. Du kannst also davon ausgehen, dass sie auf alle Fälle weiß, wenn ihr da rein wollt. Und während Grogl noch mit Schmatzen sich über die Zunge streicht oder so einen sabprigen Mund bekommt, wenn er an diese Spinne denkt, kann Grogl manchmal schon an einer der Alarmfäden stehen bleiben, die so ein bisschen im Wind herumfliegen, die sind dick wie Wolle. Ich möchte mal dank meiner Nachtsicht in die Dunkelheit spähen und schauen, wo alles Fäden sind und ob ich irgendwo einen Weg da durchfinde, ohne einen dieser Fäden zu zerreißen oder anzuzupfen. Hast du den Vorteil Schlangenmensch? Nein. Dann würfel mal eine Gewandheitsprobe. Also erstmal möchte ich nur gucken. Ja, du kannst mir auch mal eine Talentprobe vorschlagen. Also hier steht Gewandtheit drin. Wenn du aber ein Talent wüsstest, dann könntest du es mir vorschlagen. Höchstens Körperbeherrschung, um zu gucken, ob man da durchpassen würde. Körperbeherrschung? Athletik ist es nicht? Akrobatik? Ja. Ja, oder Sinnschärfe zum Gucken? Akrobatik könnte es sein. Akrobatik könnte auch passen. Doch, ich finde Akrobatikprobe gut. Geh mir erstmal eine Gewandtheitsprobe, eine einfache. Jawohl. Ja, also man kommt da durch, ja. Okay, und Akrobatik müsste ich ableiten. Ich glaube, plus 10 ist das, oder? Also viele... Körperbeherrschung plus 5. Ja, viele, viele Durchgänge sind durch dichte Fangnetze versperrt. Gerade unvorsichtige Helden können da sehr leicht kleben bleiben. Das ist also schwierig, aber es ist möglich. Du bist aber der Meinung, dass eure Schweine und der Wolf, die sollten draußen bleiben. Und auch wohl der kleine Lungs, der da im Gepäck von Ronga ist. Herr Gocke, so sehr ich auch gerne sehen würde, wie du von dieser Spinne gefressen werden würdest. Du bist gleich schon frisch, weiß ich. Auch wenn wir jetzt leise da reinkommen, Tau hatte ja gesagt, oder Ronga hatte gesagt, von wegen, dass sie die Steine bewacht. Ich glaube eher, dass das einfach ihre Höhle ist und die Steine in den Gestein drin ist. Das bedeutet, wir müssen die Steine noch aus den Steinen rausholen, was auch laut sein würde. Also, machen wir es ganz einfach. Wir töten die Spinne, essen sie. Wir müssen uns hier nicht großartig reinschleichen. Die Spinnen spüren ihr Netz. Man ist hier der Bewegung. Wir können sie herlocken. Ich habe vielleicht doch eine andere Idee. Ich habe eine Idee. Ich jage einen Hirsch oder sowas. Dann legen wir den da auf den Tisch und dann holen wir die Spinne raus. Und dann können wir sie hier draußen fertig machen. Als Opfergabe theoretisch, wie es die anderen Bauern tun. Genau. Ich zeige mal auf die Spinnenfäden. Und ich weiß nicht, ob diese Spinne so klein ist. Ja, aber sie wird doch irgendwie hier rauskommen. Und dann können wir einfach an den Fäden zupfen und dann kommt sie. Vielleicht ist das ja auch nur ein Eingang und die kann irgendwo anders auch noch rauskommen. Sind über dem Eingang lose Steine. Kann man den verschütten? Weil Steine von oben auf sie drauf fallen lassen. Aber wir brauchen doch was aus der Höhle. Ja, aber es ist leichter, die Steine zu entfernen danach, wenn die Spinne schon begraben ist. Wenn das eine große Spinne ist, dann kommt die doch nicht durch diesen kleinen Eingang. Dann wird die woanders rauskommen. Du bist das Einführer abgewählt. Ruggel will das Einführer. Genau. Ja, ich glaube, wir müssen die Spinne loswerden. Ah, sehr schlau, Ruggel. Liegt hier irgendwo so ein herabgefallenes Stück Netz oder so ein Netzknäuel rum? Also, dass es nicht mehr mit dem ganzen Zeug verbunden ist? Oh, ja, doch, würde ich dir zugeschehen. Dann möchte ich das mal aufheben vom Boden und so zwischen den Fingern reiben und auch ein bisschen dran schnuppern. Das Zeug ist ganz trocken. Oh, Rangatau. Wollen wir nicht einfach die drei das machen lassen und wir schauen zu und... Wir warten hier draußen und lassen uns Zeit. Wir verstehen uns, wir verstehen uns. Mhm, mhm, mhm. Hose voll, ich verstehe auch. Ähm, Feuer. Wir brauchen Feuer. Ja, Feuer habe ich. Ich habe ja zwei Fakten. Aber, hör mal, wollen wir nicht erst ein Tier jagen und das da hinlegen? Dann hat die irgendwas, dann ist die abgelenkt. Oh, da muss man warten. Warten ist scheiße. Robin, äh, ich finde die Idee gar nicht schlecht, aber wie viel Zeit haben wir? Wir könnten, äh, das hinlegen und eins dieser, äh, Fäden durchtrennen, um sie herzulocken. So, so sehr ich auch für die, äh, für die Idee des Herauslockens bin und ich, äh, aber da wir nicht wissen, wie genügsam sie mit einem Hirsch ist, würde ich, so ungern ich es auch sage, aber, äh, Goggle mit dem Verbrennen zustimmen. Ja, aber guck mal, ich bin ein guter Bogenschütze und der da vielleicht auch, der hat einen Bogen dabei, also du, und dann, äh, äh, schießen wir einfach auf sie. Kroggle, weißt du, was wir machen? Was machen wir? Wirf die Knochen und dann siehst du, was Orweikorim dir sagt. Okay, ich werf die Knochen. Mhm. Alle mal tröten, das braucht man. Tudu! Ja, ich hole ein, äh, eine Handvoll Knochen raus und werfe sie in die Luft. Hast du deutender Zeichen als Talentspezialisierung? Verdammt! Wer macht das mit Zeichen? Ich guck mir die einfach an und sag, ja, wir müssen sie rauslocken. Das sagen die Knochen. Na gut, die Götter haben gesprochen. Wir müssen die Spinne rauslocken. Warte, die Knochen her. Sowas hat man dabei. Ich glaube, das ist ein Hasenknochen, richtig? Also ich bin mir auch nicht ganz sicher. Doch, das ist ein Hasenknochen. Aber guck, und weil der, weil der Knochen so liegt und der so und weil ich das so will, machen wir sie raus. Ich hätte nicht fragen sollen. Hab's doch gesagt nicht. Ja, dann jag doch mal eben einen Hirsch. Das ist doch gar keine doofe Idee. Oder wir fackeln das Ganze ab. Die Idee finde ich auch gut. Okay, also wenn wir jetzt schon die Idee machen, dann gehe ich aber mit zum Hirschjagen. Aber du bist viel zu laut. Ihr könnt ja beide loslaufen und beide einen Hirsch holen und dann gucken wir, wer von euch besser jagen kann. Oh, eine Wette. Genau, vielleicht kann er dann seine Hühner zurückgewinnen. Nein, 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 nein. Der, der den größeren Hirsch fängt, der kriegt das größte Stück von der Spinne zu essen. Aber wenn wir zwei Hirscher haben. Ich setze diese Handball wunderschöner Blätter ein, dass Grogl zuerst den Hirsch fängt. Wenn die da noch reden, gehe ich schon mal in den Wald und schaue nach einem Hirsch. Ja, ich will jetzt auch eine Hirschjagd. Okay, gut. Regeln zur, was ist das, eine Andersjagd? Nee, ihr wollt eine. Hirschjagd, Hirschjagd. Hirschjagd, okay. Kennt ihr die Metatilette dafür? Ja, ich habe mich in der Heldensoftware im Moment. Ach stimmt, die habe ich noch nicht. Tja, ich erinnere mich. Er würfelt einfach mal 3W20 und dann können wir mal gucken, welche drei Attribute das sind. Und wie das gebildet wird über Spiele. Ja, über Heldensoftware dürfte es gehen, glaube ich. Ja. In der Heldensoftware habe ich sie aktiviert. Da musst du einfach auf, da gehst du auf Druck vorschauen, dann hast du diesen Kringel da, diese grüne Dings und da müsstest du dann die Metatalente aktivieren. So, ich sehe es gerade. Ja, dann hat er sie mich aktiviert. Das wird auf Mut, Intuition, Gewandtheit gewürfelt. Das sind die Attribute. Aber wie der Talentwert gebildet wird, das müsst ihr dann mal gucken. Im Wege des Entdeckers müsste es drin stehen. Genau. Das ist jetzt eine Pirschjagd, ne? Eine Pirschjagd, genau. Kostet eine Stunde und wenn ihr zwei Stunden jagt, könnt ihr den THW, glaube ich, auch verdoppeln. Also ich habe eine Ansitzjagd, ne, anderthalbfachen ist das. Bei anderthalbfachen. Also ich habe Hetzjagd inklusive Waffen oder Ansitzjagd inklusive Waffe. Wie du willst. Äh, Pirschjagd, ich mache eine Pirschjagd. Ja, Hetzjagd wäre eine, gut, du hast auch ein Reitschwein, du kannst auch Hetzjagd, wenn du willst. Ja, der Goblin, der auf ein Reitschwein Hirsch hinterherjagt. Ja, ich mache eine kleine Hetzjagd mit dem Schwein. Was muss ich, was muss ich aktivieren, Metatalent? Genau, Metatalent, also die beiden, musst du in beiden einen Haken machen. Metatalent WDE und Metatalent. Und dann finde ich das auch ganz normal unter den Talenten. Und dann müsstest du das unter Naturtalente haben. Und da ich Hetzjagd, also da ich ein Breitschwein und berittener Schützer habe, kann ich sogar mit dem Bogen jagen. Ja, sehr gut. Gott. Gut, und ich nehme die Pirschjagd. Wir wussten, dass wir es irgendwann brauchen werden. Genau. Perfekt. Ah, okay. Oh, das sieht aber richtig gut aus. Rogel hat seinen Schicksalspunkt noch. Ja, ich habe meinen Schicksalspunkt noch. Also, ich habe mit der... Mut, Intuition, Gewandtheit. Ne, das sind 3W12. Ne, ne, das sind 3W12. Das lasse ich nicht zu. Also ich hätte auf Pirschjagd 8 THW übrig. Was lässt du nicht zu? Du musst 3W12 wirfen. Das ist mit 3W12. Dann bist du immer unter deinen Attributen. Ah, wieso habe ich den... Wo ist denn jetzt der W20 hin? Oben oder so in der Chatbox. Da, wo du ihn hingeworfen hast. Ah. Der geht nicht zurück automatisch. Das ist ein guter Trick, aber nein. Außer du bist ein Bauer Rogel. Dann kannst du auch mit W12 deine Attribute überwürfen. Bauer Rogel leitet auf W12 ab. Schön. Kommt mal auf meinen AP-Stand, Boys. Okay, wir fangen mal mit Rackio an. Wie viele THW hast du übrig? Ich habe 8. 8. 8. Und wie viel hat Grogel übrig? Ich muss mal eben schauen. Ich habe Pirschjagd. Geht auf Mut. Der Erste sind 14. Da habe ich 12. Das heißt, 2 Punkte gehen weg. Ja. Der Zweite geht auf... Mut, Intuition. ...Intuition, da habe ich 15. Das heißt, einer geht weg. Und der Letzte geht auf Gewandtheit. Da habe ich 17. Da geht keiner weg. Also 3 gehen weg. Das heißt, ich habe 11 über. Dann würde ich sagen, ist Grogel erfolgreich. Also ihr werdet beide was fangen, aber Grogel ist Erster. Oh Mann, ey. Rackio, deine Ehre. Ja, nach einer Stunde der Jagd kommt ein verschwitztes, grunzendes Schwein mit einem blutigen Stück irgendwas im Mund wieder an. Darauf dann Grogel auf seinem Streitwagen mit seiner Beute... Nee, ich habe keinen Streitwagen. Ich habe nur ein Schwein. Du hast nur einen Reitschwein. Ah, schade. Aber 5 Minuten später kommt dann auch Rackio, der das Tier hinterher schleppen muss. Ja. Beide erfolgreich. Allerdings war Grogel vorher da. Ja, Ronga steht da am Eingang der Höhle, hat seinen Tüte mittlerweile an Eingang postiert. Der Luchs wäre da schon rausgeschlüpft und beschnüffelt neugierig die Umgebung. Doch wenn Rackio mit seinem Wolf wiederkommt, dann schlüpft er schnell wieder in die Tasche. Komm mal, Grogel-Mogel, ich war viel schneller, Rara. Ich hab's doch gewusst. Sehr gut, Grogel. Ich werde das Häuptling-Siblem sagen, was du für ein guter Jäger bist. So, werfen wir es jetzt einfach in die Opfergrube oder was? Also ihr habt was. Ach, wunderbar. Ja, ich denke wir sollten es in die Opfergrube werfen und dann einen dieser Fäden aktivieren. Und dann würde ich den Kadaver da vorlegen und würde mir dann schon mal eine gute Position zum Schießen suchen. Ich suche mir auch einen Versteck. Ja, ich will mich auch. Ich werde mich schon mal in Position geben. Ich würde empfehlen, Grogel, du wirfst dann die Kadaver rein und löst den Faden. Das kann ich. Ich würde mich dann da schon mal an die Opferstelle stellen und die beiden, ich weiß nicht, was sie gefangen haben. Ich nehme an, Hirsche oder Rehe oder was auch immer. Ja, zwei Hirsche. Und lege das vor mich und schaue dann, ob die anderen sich schon versteckt haben. Sind alle soweit? Alle bereit? Mhm. Ja. Ja, gut. Dann versteckt euch. Dann trete ich den einen Hirsch und dann den anderen in diesen Opferstock und schaue dann, dass ich zur Höhle komme, um da einen dieser Fäden zu durchtrennen. Du möchtest an die Höhle herantreten, dann positioniert euch gerne mal auf der Karte. Äh, ja, aber wo sind wir denn? Äh, die Schweine bleiben hier. Achso, warte mal, habt ihr... Stopp, stopp, stopp. Achso. Ah. Ah, da, okay. Und ich gebe euch schon mal für die Initiative einen zweiten Token. Den könnt ihr dann gleich schon mal dorthin ziehen. Wo wollen die anderen stehen? Äh, kannst du einmal setzen? Ähm, wie ist die Distanzen? Äh, die Distanzen müssen 1 zu 10 sein, bin ich der Meinung. Guck gerade mal, der Höhleneingang ist 1 Meter breit. Ja, 1 zu 10. Achso, da unten seid ihr, okay. Äh, lasst mich nochmal kurz gucken. Ja, gut, das dürfte euch passen, dann... Der Höhlene ist schon sinnvoll, dann gehe ich mit nach da oben. Es ist bis dahin nur 7 Meter von dem Baum aus. Das ist mein Felsch. Gut. Dann darauf, dass ich versuche, mein Bestes zu geben. Okay, äh, eure Reitschweine... Hast du Ronner bei dir? Oder auf welchem Reit hast du auf Born? Ich bin auf Born. Ronner ist der mit dem Streitwagen. Okay. Ähm, die habe ich aber bei dem... Äh, nee, die habe ich zurückgelassen bei, ähm, dem anderen Säulending. Ja, da, wo jetzt angelockt werden soll? Nee, bei dem, äh, mit dem Rätsel. Achso, da oben, ja, okay, gut. Dann ist die da. Bei den anderen Goblins. Genau. Okay. Und Bauer Rogel zupft. Ich möchte noch einen Zauber bereit halten, sobald die Spinne rauskommt. Jetzt oder wenn sie rauskommt? Ähm, jetzt schon. Ich habe Zauber bereit halten. Also, sollte die Aktion reichen. Ich würde schon Pfeil bereit halten. Wir fangen an mit Bauer Rogel. Möchte Bauer Rogel sich vorbereiten? Ja, ähm, ähm, bete einmal kurz und dann klopfe ich mir nochmal die Hose ab und dann löse ich diesen Faden aus und dann renne ich. Okay, das heißt, du gibst einfach Vollgas. Äh, Gogel Morgel, möchtest du dich vorbereiten? Äh, ja, ich möchte gerne meinen Wurfschwerwurf bereit machen. Also, ich habe da so einen Korb mit Wurfschweren, den ich normalerweise auf meinem Streitwagen transportiere. Gut. Zielst du auf den Höhleneingang? Ähm, ja, ich erwarte, dass da die Spinne rauskommt. Von daher, ja. Ja, klar. Gut. Dann, äh, Grogel, möchtest du dich vorbereiten? Ja, ich sitze auf meinem Schwein und lege einen Pfeil auf die Sehne. Hm, berittener Schütze. Bin mal gespannt, ob die Höhlen spinne hinterherkommt. Rakio, möchtest du dich vorbereiten? Ja, äh, Pfeil an, äh, Pfeil an Bogen und, äh, Spann, sobald, äh, sobald gezupft wird. Hm, Ongar? Ich, äh, stecke Schwer und einen Wurfschwer vor mir in den Boden und habe dann selbst einen Wurfschwerwurf bereit. Okay, auf die Entfernung 10 Meter. Genau, das zweite Größenkategorie. Gut, dann, Frage, Tau, welcher Zauber? Korpofresso. Korpofresso, Gliederschmerz? Genau. Mit, äh, du kannst dir Zeit lassen, weil wir noch nicht im Kampf sind. Genau. Was tut der Korpofresso? Er sorgt für einen schmerzhaften Verlust und schlagartige Spund der Körperkraft halbe um einen Zauberfertigkeitswert, also um 7. Ja. Und eine Gewandtheitserschwächung von 3, nee, 4, Entschuldigung. Ja. Und, äh, das Opfer erhält 7 Erschöpfung. Okay, ich hab mir gerade die MR einer Höhlenspinne angesehen, dann haben wir die nämlich auch und wir können beginnen. Ihr zupft, ihr habt maximale Initiative, weil ihr im Hinterhalt steht. Die Initiative der Höhlenspinne muss ich ausbefüllen. 5, ich guck gerade mal auf die Basis, sind, das sind die Trefferpunkte, 7 plus 5. 7 plus 5, ich muss sie gerade mal kopieren, mit STRG, C, STRG, V, seid ihr schon drauf? 7 plus 5 sind 12. Äh, Raktyu fehlt noch und Tau fehlt noch. Ich suche gerade meine Inni. Ja, ich kann dir auch gerade helfen. 11, äh, 11 mit 6 plus 17. 17, 17. 17. Äh, warte mal kurz. Nicht 7. Ja, 11 plus 6 sind 17. Ach nee, warte mal, das sind ja, das ist ja noch meine Basis in Inni, ne? Ja, musst du 6 drauf machen, weil wir Maxik mal kriegen. Äh, ja, dann 16, dann 16. Bauerogel zupft und redet. Wohin rennst du? Ich, ähm, ähm, möchte mich hier verstecken. Okay. Dann lauf. Und wartet. Richtig. Und wartet. Und wartet. Im Wind und im Regen schwanken so ein bisschen die übrig gebliebenen Fäden, die Alarmfäden. Und dann könnt ihr sehen, wie sich der Boot bewegt. Erst dachtet ihr, es gibt sowas wie ein kleines Erdbeben, auch wenn ihr keine Erschütterung spürt. Aber dann seht ihr, dass das wohl keine Käfer sind, sondern eine Unzahl von Spinnen, die jetzt langsam aus der Höhle herauskrabbeln. Klein, winzig, die sich aus der Höhle herausgießen, die ekelhafte Brot, die wohl in ihren Kokons steckte und sich von irgendwelchen Flüssignahrung ernährte. Kurz ein Schaudern, wenn ihr daran denkt. Habt vielleicht schon mal in irgendwelchen Berichten aus dem aventurischen Boden gehört, wie irgendwelche Wanderer aus dem Süden davon berichteten, wie die Spinnen ihre Kokons leer lutschen. Vielleicht werdet ihr bald selbst ein solcher Kokon sein. Ihr dürft mal eine Schleichenprobe würfeln, denn Spinnen reagieren nicht so sehr auf Licht, sondern vielmehr auf Erschütterung. Äh, zählt Geländekunde Wald. Ach ja. Die Blätter sind auch noch dabei. Waldkunde nicht zählt. Nee, du verrätst mich, Guckel. Das möcht ich neu würfeln. Mit meinem Schick-Fahrgumma. Oh, oh. Wir haben natürlich das leckere Fleisch gewittert. Ja, volle Punkte. Ronga geschafft. Ja, bei mir genauso. Rorkel geschafft. 10, 13, 4 von Haldarn. Verwürfel, ich gleich mal entgegen. Doppelt 20 von Haldarn hast du gejippt. Schleichen. Ja, genau. Tau sitzt da am Busch. Ja, dann würfel ich jetzt einfach gerade mal die Sinnschärfe. Und zwar repräsentativ. Was ist denn 19 auf Sinnschärfe? Intuition. Intuition. Oder Fingerfertigkeit, wenn sie halt Tast sind. Das ist, glaube ich, Fingerfertigkeit. Finde ich gut. Guter Hinweis. Sehr schönes PvP. Ja, fingerfertig sind die auf alle Fälle. Ja, intuitiv wohl noch mehr. Ja, intuitiv auf alle Fälle. Aber vor allem auch Fingerfertig, weil die acht davon haben. Ja, dann würde ich auf alle Fälle sagen, dass Tau als erstes angegriffen wird. Und Haldarn auch. Und während das geschieht, könnt ihr einen weiteren riesenhaften Körper erkennen, der sich aus dem Höhleneingang herausschiebt. Die Initiative haben wir schon. Der Kampf beginnt. Die zwölf Schraker Crew. Ich würde einfach mal die kleinen Spinnen genauso auf der Zwei abhandeln. Denn ja, sieben plus fünf, ja, ist halt wenig. Die müssen anfangen. Schraker Crew hat noch nichts gemacht. Die kommt gerade aus der Höhle und orientiert sich. Das heißt, die würfelt gleich selber eine Sinnschärfe. Die anderen greifen Tau an. Und zwar eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Darf ich vorher meinen Zauber auf Chakra Crew werfen? Darfst du, natürlich. Du darfst vorziehen. Gut, dann würde ich das nämlich machen, bevor ich meine Konzentration verliere. Ja, los. Welche Initiative hat der Rakio? Was? Ich hatte 16. 16, okay. Also 10, ich will, ich plus 6. A plus Tui, du lernt. Oh, da ist ein Zwanziger drin. Ist trotzdem noch gut. Ja. Die MR ist ein neun. Wir ziehen neun von den 13 ab, bleiben vier. Was tut ein vierer Korpofessor? Das macht keinen Unterschied. Der geht immer voll durch. Beziehungsweise der Unterschied ist nur, der hält nur vier mal zehn Kampfrunden, also 40 Kampfrunden. Okay. Und was ist die Auswirkung von einem Korpofessor? Dass du jetzt deine Körperkraft um sieben erschwert, also um sieben Punkte erschwert wird, deine Gewandtheit um vier Punkte und du sieben Punkte Erschöpfung erleidest. Okay, die Erschöpfung ist egal. Die Konstitution von deiner Höhenspiele wird mit 13... Nee, die Körperkraft. Die Körperkraft. Genau. Also die Konstitution wird mit 13 angegeben. Ich gebe ihr mal eine Körperkraft von, sagen wir 14. Das heißt, sie ist bei der 7? Genau. Falls sie unter 5 liegen sollte, kann sie sich gar nicht mehr bewegen. Okay. Wenn sie Kaka würfelt oder wenn sie GE würfelt, oder muss sie jetzt eine Probe würfeln? Nee, nee, das muss sie gar nicht. Also wenn sie jetzt auf Körperkraft würfeln würde und unter 5 liegen würde. Okay, dann hast du deinen Zauber durchgebracht mit der 17 und damit hat sie auf alle Fälle die Orientierung in der nächsten Runde. Das war das Vorziehen von Tau. Dann kommt der Angriff auf der 12. Ich fange mal mit Haldern an. Ich muss gerade mal gucken. Das ist die kleine Höhlen spinne. Ich würde einfach mal die... Den Angriff würde ich von 8 auf 6 vermindern, weil sie klein sind. Ich habe aber 6 Angriffe. Ich möchte vorziehen. Okay, schade. Ja, mein Schamane wird gerade angegriffen. Das geht nicht. Ich greife eine von diesen Spinnenbrütlern an. Ja. Das ist eine Entfernung von 6 Metern, wenn ich das richtig sehe. Das Ziel ist winzig. Okay, warte mal. Trage ich ein? Ja, wir können gerade mal auf meine Fernkampftabelle gucken. Das ist dann halt eine 8er Erschwernis, richtig? Also winzig ist eine plus 8. Das gilt auch für den Nahkampf. Die Entfernung müsste sehr nah sein. Also minus 2. Und das Ziel ist leichte Bewegung. Die Sichtverhältnisse, es regnet. Ich glaube, das ist aber nicht so wild auf die Entfernung. Also das ist nicht so wild. Lämmerung ist egal. Dann sind wir bei einer plus 8. Minus 2. Plus minus 0. Das ist ein plus 6. Alles klar. Dann gebe ich mir eine Dreier-Ansage noch mit da drauf. Ja, mit deinem Wurfspeer auf ein winziges. Das sieht so blöd aus. Warte mal, ich trage das noch gerade ein. Das würde so lecker schmecken. Wo tragt ihr überhaupt was ein? Den Modifikator. Warte mal. Was für eine Erschwernis war das nochmal? Plus 6. Plus 6. Und dann habe ich mir noch eine Dreier gegeben. Bei mir ist der Modifikator leer. Den kannst du mit dem Mausrad. Ja, das ist auf alle Fälle getroffen. Ja, ich schaue jetzt noch gerade nach, wie das mit der Fernkampfkategorie mit dem Bogen ist. Da kriege ich noch einen Punkt mit da drauf für die Trefferpunkte. Oder kann die Spinne ausweichen? Die Spinne weicht nicht aus. Also könnte sie bestimmt. Ich gucke gerade mal, was hat die für eine Parade? Parade 5. Gut, aber ausweichen kann sie ja auch nur, wenn sie weiß, dass sie angegriffen wird. Und dass sie von außen am Hinterhalt angegriffen wird. Nee, passt. Ist alles okay. Achso, richtig. Angriff aus dem Hinterhalt. Würde ich dir sogar nochmal eine Minus 8 geben. Nee, Minus 5. Minus 5. Ja. Dann hätte ich mir auch noch eine größere Ansage geben können. Die gebe ich dir auf. Dann bist du... Ist sowieso egal, weil die nur 10 Lebenspunkte haben. Und dann ist sie tot. Alles klar. Ach, Schamanen gerettet. Schamanen gerettet. Die erste Spinne ist die. Ja, eine Spinne. Okay, das war... Goggle Moggle hatte vorgezogen. Die... Ich habe immer noch 5 Spinnen. Ja. Ich ziehe die gerade mal auf dich drauf. Und zwar überall auf dich drauf. Krabbeln an den gesamten Körper. Und beißen für... Was habe ich eben gesagt? 6, ne? Ja, aber die müssen mich erstmal unterlaufen, weil ich stehe in S. Ich habe die Hörer eh nicht. Okay. Die erste würde halt nicht treffen. Die zweite nicht. Also die 6 hätte getroffen. Eine hätte getroffen. Die greifen doch mit Sicherheit im Nahkampf an. Die greifen auf H an. So, jetzt ist die Frage. Wen... Also du kannst 2 davon parieren. Die anderen unterlaufen nicht. Es sind aber nur auf 5, Frosty. Nicht mehr 6. Du hast recht. Wir ziehen die 10 hinten ab. Ja, aber du hast auch nur 5 gewürfelt. Ich habe nur 5 gewürfelt. Ja, stimmt. Deswegen passt das schon. Okay. Ja, ich pariere, weil angreifen kann ich eh vergessen. Das stimmt. Bis zum nächsten Mal. Also, ich kann es nicht hin. Ich kann es nicht hin. Untertitelung des ZDF, 2020